Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute wieder mit einer Preview für ein UFC-Pay-Per-View. Titelfight im Heavyweight. Garn vs. Lewis steht an. Das wird ein geiles Ding. Viel Spaß bei dieser Episode. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow by Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Ja Leute, Cyril Garn gegen Derrick Lewis ist das Main Event der kommenden UFC-Fight, äh nicht Fight Night, sondern des kommenden UFC-Pay-Per-Views. Mal wieder ein Titelfight. Und ich finde die UFC hält ihre geile Pay-Per-View-Streak am Leben. Ich finde diesen Pay-Per-View wirklich gut. Viele kritisieren das, viele finden ihn nicht so toll. Klar, da ist ein bisschen Politik dabei, dürfen wir nicht vergessen. Also es ist schon Politik dabei, wenn wir sagen, Lewis kämpft gegen Garn und nicht gegen Ngannou. Beziehungsweise nein, es geht nicht darum, dass Lewis gegen Cyril Garn kämpft und nicht gegen Ngannou. Es geht darum, dass Ngannou gar nicht kämpft. Und da gehört eine kleine Portion Politik eben dazu. Wie dem auch sei, trotzdem dürfen wir uns freuen. Interim-Titel-Fight in Houston, Texas, der Heimatstadt von Derrick Lewis. Die UFC hat da mit dem Toyota Center, also mit der Arena auch so eine kleine Kooperation. Das heißt, die UFC wird eine feste Anzahl an Events dort veranstalten. Ist natürlich cool, dort gibt es keine strengen Regeln zwecks Covid. Wir haben das ja in New York, Michael Chandler gegen Justin Gaethje wird voraussichtlich abgesagt oder verschoben, weil die Athleten in New York geimpft sein müssen und Michael Chandler hat da jetzt nicht so Lust drauf. In Texas ist das kein Problem, dementsprechend kommt die UFC jetzt nach Texas. Wen haben wir noch auf der Maincard? Yadong Song gegen Casey Kenney, Tisha Torres gegen Angela Hill und dann drei Banger-Fights. Vicente Luque gegen Michael Chiesa, Jose Aldo gegen Pedro Munoz und Main Event Derrick Lewis gegen Cyril Garn. Fangen wir mal bei dem ersten spannenden Fight auf der Maincard an. Vicente Luque gegen Michael Chiesa. Vicente Luque ist ein wunderbar guter Striker. Das hat er einmal gegen Stephen Wunderboy Thompson gezeigt. Klar, er hat gegen Wunderboy verlaufen, Wunderboy war der Bessere. Nichtsdestotrotz hat Luque nicht allzu schlecht performt. Seit dieser Niederlage gegen Wunderboy hat er drei Siege in Folge. Er hat letztes Jahr zweimal gekämpft, einmal gegen Nico Price gewonnen, einmal gegen Randy Brown. Und dieses Jahr im März hat er gegen Tyrone Woodley gewonnen. Ja, gegen Woodley hat er nicht schlecht performt. Also Woodley, der ging da sehr stürmisch in diesen Fight, war sehr überraschend. Vicente Luque hat diesen Sturm quasi überlebt. Konnte dann Tyrone Woodley gut treffen und später dann mit einem Darst-Joke besiegen. Er trifft auf Michael Chiesa. Michael Chiesa hat jetzt auch schon vier Siege in Folge. Hat mich persönlich überrascht. Hat gegen Carlos Cornett gewonnen, Diego Sanchez, Rafael dos Anjos und Neil Magny. Also jetzt nicht gegen die junge Elite. Wenn wir uns mal überlegen. Neil Magny ist 34, RDA ist 36, Diego Sanchez ist 39 und Carlos Condit, der Natural Born Killer, ist auch schon 37. Also der Michael Chiesa, der gewinnt hier nicht gegen die jungen Hüpfer. Nichtsdestotrotz hat er vier Siege in Folge. Das muss man erstmal schaffen in der UFC. Das muss man in der UFC Top 15 erstmal schaffen. Wird ein spannender Fight, denke ich. Wird im Stand ablaufen. Wird ein guter Fight. Kann man sich darauf freuen. Ein Co-Main-Event ist Jose Aldo gegen Pedro Munoz. Das eigentliche Co-Main wurde abgesagt. Das war Nunes gegen Peña. Nunes hätte diesen Fight gewonnen. Dementsprechend freuen wir uns hier auf einen Stand-Up-Fight zwischen Aldo und Munoz. Beides starke Boxer. Bin gespannt, wie Aldo hier in diesen Fight reingeht. Also Aldo hatte man fast schon abschreiben wollen. Aldo im Federgewicht, den wollte man abschreiben. Der hat gegen Malo Morais dann aber im Bantamweight ein richtig gutes Bantamweight-Debüt gegeben. Hat das Ganze offiziell durch Split-Decision verloren. Aber inoffiziell haben viele Jose Aldo und nicht Malo Morais als Sieger gesehen. Und das war auch der Grund, dass man dann Jose Aldo gegen Piotr Jan um den vakanten Gürtel im Bantamweight gebucht hat. Jose Aldo hat also letztes Jahr erst noch um den Gürtel gekämpft. Und auch im Juli war das, also nicht allzu lange her. Hat um den Gürtel gekämpft. Sah anfangs gegen Jan gar nicht mal übel aus. Also Aldo sah gegen Jan relativ gut aus. Aber später, je länger der Kampf ging, umso mehr wurde er vermöbelt. Hat diesen Fight verloren. Dann hat er gegen Chito Vera gekämpft. Hat gewonnen. Sah gut aus. Und jetzt eben gegen Pedro Munoz. Munoz ist auch ganz schlechter. Hat zuletzt gegen Jimmy Rivera gewonnen. Also das Problem ist, es ist ein super guter Fight. Wirklich ein potenzieller Titel-Contender-Fight sogar. Oder gegen Corey Saintegen wäre auch eine Option. Oder gegen den Verlierer aus Jan vs. Sterling. Weil Fakt ist, der Titelkampf wird als nächstes T.J. Dillashaw gegen den Sieger aus Piotr Jan vs. Elgermain Sterling. Nichts kommt an Sterling gegen Jan 2 vorbei. Und dann bekommt, denke ich, T.J. Dillashaw den Titel-Fight. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Aldo es wirklich nochmal zum Champion schafft. Er sieht zwar im Bantamweight gut aus, aber er hat einfach gegen Piotr Jan gezeigt, dass diese junge Generation zu stark ist. Dann kommen wir zum Main-Event. Cyril Ghan gegen Derrick Lewis. Technik gegen Knockout-Power. Anders kann man diesen Fight nicht beschreiben und besser kann man ihn auch nicht beschreiben. Derrick Lewis ist es egal, ob er jetzt um den Gürtel kämpft oder nicht. Dem geht es um die Kohle. Hat er oft genug klargemacht. Er hat oft genug klargemacht, dass er gar nicht mehr so viel Lust hat, aber wegen dem Geld noch da bleibt. Ist immerhin ehrlich. Er ist eine ehrliche Haut. Derrick Lewis, der kann nicht immer ausknocken. Der findet immer einen Knockout und Cyril Ghan, der kann Derrick Lewis halt vielleicht über 5 Runden auf Distanz halten. Ich sehe Cyril Ghan nicht vorzeitig diesen Kampf beenden, wenn er gewinnt, dann durch eine Decision. Ansonsten denke ich, macht das Derrick Lewis. Viele unterschätzen in meinen Augen die Erfahrung und diesen Fighter-Cue von Derrick Lewis. Ich schätze Derrick Lewis als sehr guten Kämpfer ein und jemand, der Wolkow ausknockt, jemand, der Curtis Blades ausknockt, der hat auch was drauf. Gar keine Frage. Und Derrick Lewis hat zu 100% die Knockout-Power, um Cyril Ghan auszunocken. Deshalb seid euch nicht so sicher. Viele denken, Cyril Ghan macht das locker flockig. So wird es nicht sein. Cyril Ghan ist technisch besser. Athletischer auch. Aber Derrick Lewis hat die Erfahrung und den Wumms hinter den Fäusten. Und dann war es das mit dieser Episode. Viel Spaß bei UFC 265 am Wochenende. Folgt Willow MMA auf Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.